Schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid. Das ist SetzMe Teil 2. Denn ich habe das nicht so erklärt, was ich so präsentiere. Das ist ja nicht nur Smartphones, Tablets, Laptops, Macbooks, Stand-PCs, sondern das ist ja auch Solartechnik, also Solarpanels, faltbare Solarmodule, Powerstationen in verschiedenen Größen, denn auch über Mikroinverter oder große Wechselrichter. Darüber erzähle ich einiges. Im Smart-Home-Bereich, was es da so alles gibt. Das gibt ja nicht nur diese Standardgeräte, sondern auch wie in einem Video, was ich gezeigt habe in zwei Teilen, was ich denn in der Wand verbauen kann und das trotzdem mit Alexa oder Ähnlichem funktioniert. Das wollte ich hier nochmal so erzählen. Unten in den Artikelbeschreibungen habe ich auch immer so meine Links. Einmal eine Art Amazon-Link, nicht so eine Art. Es ist ein Amazon-Link, wo ich dann die Produkte, die ich dann mal bewerbe oder gekauft habe, die ich empfehle, wenn ihr diesen Kanal auch damit unterstützen möchtet und ihr kauft dieses Produkt, ich sage jetzt mal die GoPro 12 als Beispiel oder die GoPro 10, denn kostet das euch ja nicht mehr und ihr unterstützt den Kanal, sodass ich dann auch mal Produkte erwerben kann durch das Geld, was ich dann dadurch generieren kann. Denn ich habe ja schon im ersten Teil erwähnt, ich mache das alleine und klar kriege ich hier das eine oder das andere Produkt schon mal kostenlos zur Verfügung gestellt, aber das ist noch nicht das, was ich gerne machen möchte oder haben möchte, sondern ich möchte dann klar ein bisschen besser werden. Und das kann ich dann klar auch nur schaffen, wenn ich dann auch richtige Highlights präsentieren kann zum Beispiel. Dann würde ich sagen, das soll es dann hier auch gewesen sein und dann hören wir uns im nächsten Podcast. Euer TechDev Ich wünsche dir die Frage, ich lege partis zur Verfügung zu flatteren. In der Situation gibt es jetzt viele LAN-Büch, aber